Hallo Leute, ich bin euer M und euer M. Heute machen wir ein Youtube-Video und heute habe ich ein neues Spielzeug auf. Ein neues Spielzeug, der heißt Nananasse Weiß. Ich würde sagen, wir machen das auf. Hier ist auch noch der Band. Ja, ich habe mich gerade in der Verpackung geschnitten. Leute. Ah, hier ist auch noch Klebeband. Hab ich doch gesagt. Machst du mich? Du gehörst ihn da oben auch noch. Oh, hol mir mal lieber eine Schere, das wäre Spaß. Ey, das war Spaß. Ich hab's auch. Okay. Äh, holst mal lieber meine Mutter. Mama! Hier auch noch vielleicht. Jaha. Hier ist nichts mehr. Dann mach doch hier auch noch auf. Ich könnte, äh, hier... Wir bräuchten ein bisschen Hilfe. Wir machen... Hier haben wir schon auf. Wir machen gerade ein Youtube-Video. Geh weg. Ich unterhalte bis zu meinen Abonnenten. Oh, redet nicht so viel, ne? Ich kriege Kopfschmerzen. Ja. Ich hasse Verpackungen. Na, hol's doch jetzt so raus. Jo. Ja! Und da ist noch was drin. Wo dann? Der Strohhalm, bis der Hohl liegt. Das lebt da. Die Schnee und die sind alle hohl. Auseinander. Die Schnee und die sind Strohhalm auseinander. Kann ich pusten? Ja, warte. Ich muss den erst mal reinstecken. Hier auch noch vielleicht. Ah, da ist das Loch. Jetzt bin ich. Ich bin kaputt. Warte, jetzt erst ich. Ich bin so gigant. Jetzt bin ich. Okay, ja. Reicht. Warte. Ey, lass mal. Hier. Man muss das hier oben abziehen. Jaaaaah. Äh, hier ist ohne. Oh. Es ist doch mal aufzudrücken. Es ist nicht zu weich. Alles. Ey, Mama, wie ist es denn? Vielleicht ist das Korb nicht mehr raus. So. Ach so Leute. Ich bin hier gern... ...im aufpacken. Aber das hier ist ja schon... ...nicht soo gut. Ausschneiden. Ausschneiden. Lass mich das aufpassen. Ich möchte... Die Kapsel. Oh mein Gott, Überraschungen. Ich liebe das. Ich möchte... Warum müsst ihr immer streiten? Pille. Ich möchte... Dann pack ich das da aus. Ui, so ein Kleid oder ein Rock. Ja, ein Rock. Oder... Oh, wie süß Leute. Oh, die sind tollen Schuhen. Ja, die Kuppe ist nackt. Aber cool. Die ist nackt, aber cool. Oh, das sind die Schuhen. Und... Komme ich hier das mal an. Oh, sie scheint auch in die Nacht. Ich möchte den. Ja. Oh, ein Kleid hat sie. Hey, sind das Gummis. Oh, ich hab ne Katze bekommen. Miau. Häu. Häu. Hä, das ist ein Foliertel. Ja, mach das auch aus. Häu. Häu, was ist das? Klettverschluss aufmachen. Hä, die ist aus Gummi. Ne, die ist nicht aus Gummi. Machen wir mal das mit einer Schere auf, lieber. Du musst diese Ärmel noch. Hier, Michel. Hier, ein... Irgendwas ist da noch was. So sieht sie im Moment aus. Ah, das Video geht schon 5 Minuten. Oh mein Gott. Ärmel hier noch rein kriegen. Und das hier... Oh! Sue kann auch versehen. Und guck mal, was sie hier hat. So, das hier ist die Pücke. Und dann hat sie hier hinten noch... So, äh... So Zöpfe. Und dann hat sie hier noch einen Pony. Guck mal, was da blödes drin ist. Ja, nix. Und ja. Jetzt schneiden wir hier noch was. Schön ab. Aber das mal später. Oder auch nicht. Oder schneiden wir noch ein bisschen ab. Damit es mich nicht stört. Und die Haare müssen wir kurz wegmachen. Und den... Überbreib mal nicht! Ich benehm dir. Ich krieg einen halben Herz. Aua! Mein Ohr bin... So, angezogen. Ja, das ist meine Puppe. Jetzt hör ich jetzt auf. Das nervt mich. Ja, das hab ich auch schon gesagt. So, das ist jetzt die Puppe. Von hinten sieht sie so aus. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, Lasst da oben und das Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, Lasst da oben und lasst ein Abo da. Und genau. Und wenn euch das Video nicht gefällt, dann macht den Daumen nach unten. Tschüss!